Ruby Barker wurde durch ihre Rolle als Marina Thompson in der Netflix-Show Bridgerton bekannt. Nun öffnet sie sich ihren Fans in einem Video auf Instagram und erzählt, wie schlecht es ihr lange Zeit ging. Ich habe seit Bridgerton gekämpft, das ist die Wahrheit. Danke, dass ihr mich alle unterstützt. Eure Liebe hält mich aufrecht. Die Schauspielerin versichert ihren Fans, dass es ihr bereits besser geht, sie sich aber weiterhin in Behandlung befindet. Ich will ehrlich zu allen sein. Ich habe mich schwer getan. Ich bin im Moment im Krankenhaus und werde bald entlassen und hoffentlich mein Leben weiterführen können, erzählt Ruby. Ruby möchte zunächst eine Pause einlegen und ermutigt ihre Fans, sich auch eine Pause zu nehmen, sollten sie in einer ähnlichen Situation sein. Ich kann nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ich muss mich ändern und genau das versuche ich zu tun, erklärt die Schauspielerin. Ich will überleben und ich werde überleben. Ich werde es tun.